hallo und herzlich willkommen zu einer näheren folge von let's play minecraft hardcore die insel ich bin wieder gejoint und wir haben hier letztes mal geendet mit diesen konstrukt hier und zwar mir da verschiedene sachen aufgeschrieben die ich euch jetzt noch mal ganz kurz erklären für die die jetzt neu hinzugekommen sind denn es gibt hier verschiedene questen und diese questen muss man absolvieren bis man dieses hardcore projekt abgeschlossen hat ja dazu habe ich noch nicht alle abgeschlossen deswegen wollen wir uns als allererstes auf die suche nach einer unendlichen wasserquelle machen die im süßwasser liegt dass wir unseren brunnen der hier ist auch mit wasser befüllen können des weiteren wollte ich da mal vier grüne blöcke abbauen von den lieben diurid und die in unserem brunnen rein quetschen und zwar so im brunnen muss man dann noch ein kleines dach drüber machen die zwei bäume muss ich auch noch irgendwann mal fällen dass man wieder holz haben aber zunächst gucken erst mal ob hier ja ist noch uns jetzt in grunde gekommen sehr gut tun wir gleich mehr rein dann ist hier noch ein setzling wird dann mal besser so das quest buch lassen wir mal hier ich muss mir habe ich das schon gemacht nein nicht einmal suchen hier irgendwo schon eisen gebrannt hier ist eisen 123 nicht nirgends woanders eisen finde tue ich mir da erst mal einmal kraften es sei denn dann habe ich hier irgendwo verkramt nein hier ist er auch nicht drin obwohl man kann ja ein bisschen was mitnehmen die schere zum bleistift oder ne lasse ich mal hier hier sind die anderen bücher drin super und ja achso ein boot wollte ich mir machen ein bücher hier ist kein holz erst recht nicht holz eventuell hier kein holz mehr im winter auch nicht doch im winter ist noch holz aber ihr könnt ja mit dem baum ja fällen wir haben es ja gerade ja wir sind 1 8 dazu sagen da gibt es noch nicht die schönen boote da muss ich mir auch ein bisschen mehr boote schon kraften dass ich die auch dann benutzen kann denn wenn ich das jetzt mal hier macht guck es ist auch ein eisen als boot also wir sind 1.8 so welche richtung war ich denn noch nicht ich war noch nicht hier die richtung gefahren ich guck es mal ja drüben ob unsere tierchen da ist der wasser tempel unsere tierchen dort drüben oder die wald fehlen er kam ja nicht mit lenken das war eine sache ja okay bremsen 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 okay bin ja gar nicht mehr gewöhnt dass das boots fahren hier okay da muss man ein bisschen abstand nehmen wir fahren mal in die richtung das ist osten wo steht es aus den osten osten ist wo steht das muss man das erstmal aufschreiben die koordinaten ich hab die wieder irgendwo verballert und so 6 9 7 2 60 minus 1 3 1 fahren wir jetzt in welcher Richtung fahren wir jetzt wie steht denn das tut facing west also müssen wir den osten wieder zurück 3 dort war es 3 gut was haben wir jetzt alles mitgenommen essen haben wir genug mit einmal machen wir uns dann gleich noch müssen wir dazu eine werkbank machen 1 1 ich habe das alte texture pack im momenten alt das wollte ich doch nicht ich bin auf der falschen map fällt oder auch schön wenn man auf der falschen map spielt ne weitere wir haben option ressourcen paket und das 1 8 und das 1 9 und machen wir aus du 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 hier habe ich mal was ausprobiert hat aber leider nicht funktioniert also das ist totaler bullshit weil ich einfach mal gucken wie das mit mit schädern ausschaut so kommt noch mal ja jetzt ist normal super das ist schon fest land ich weiß gerade gar nicht ob das schlagseite links oder rechts oder 1 8 ich nehme einfach genügend abstand hier zu den tinten fischen das könnte festland sein hab grad gedacht so die wolken jetzt schon schräg wandern aber nein so ist es nicht habe ich meine mein eisenspürt da ist noch ein tempel fahr mal lieber die richtung da drüben ist auch ein tempel wie viele tempel hier sind der 1 9 finde ich fast gar keinen tempel mehr ich bin so ein bisschen zu nah an der wand ist ja dran ich dass man da zurück packen durchs an der tempel du scheiß hinten fisch kann ich schwimmen und gleichzeitig zoomen ja das geht sooo sooo sagt mal cheese bam so das ist ja frisch am sonntag auf eine frische aufnahme und die sonne geht gleich unter wollten wir eigentlich noch einen geordneten shader raussuchen vielleicht sieht es mit shader ein bisschen besser aus weil ich jetzt bin ja auch ein shader benutzer das ist auch 1 9 auf der 1 8 basis habe ich keinen richtigen shader gefunden und der mister meeps funktioniert in der 1 9 super dann habe ich auch wieder 1 8 nicht so gefunden beziehungsweise war der out of date und da hat es mir dann immer den 1 9 vorgeschlagen was dann nicht so schön war also wenn man dann ein bisschen hier in der 1er mit dem boot fährt dann merkt man doch schon wie schlimm das war früher da hat man sich jetzt wirklich dran gewöhnt und 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 da zieht auf ja ganz hinten für schon weg da hier ist drüben scheint eine wüste zu sein hm eine wüste sieht aus im tempel im tempel dort hinten wir haben uns ein schutz suchen müssen wir haben auch nicht mit einer savannah eine eine weil ich finde mir auch schützendem tempel regnet das glücklich alles gar kein tempel Hier sind schon die Hallo, hallo Wo ist immer der Nia? Jetzt habe ich einen Screenshot hinbekommen Mit Gewitter Und hier spawnen sie schon überall Nein, zu spät Ah, das könnte was gewesen sein Vielleicht noch mit ein bisschen F-Tasten hier Aber es kommt ja nichts Das war ein schönes Bild So Wieder zurück Ich wollte eigentlich nicht so kämpfen Ja, es ist mir zu riskant eigentlich Aber irgendwie müssen wir uns hier durchschlagen Vor allem, wenn hier so viele Gräber sind und spinnen Komm, 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 komm Schaufel am Kopf Guck mal, goldene Rüstung Uh, der ist stark Uh, wie sind jetzt alle kommen? Alle was fallen lassen? Nö, da hau ich ab Das muss ich mir doch nicht bieten lassen hier Säme ich lieber die Erfahrungspopel ein Und dann mache ich mich weiter auf den Weg hier Guckt euch diese Berge an Einfach weiterlaufen, Cedric Nicht beachten Einfach weiterlaufen Wunderschöne Gegend hier Komm, lass es nochmal blitzen Für mich Mach's für mich Wo ist die Spinne? Da Packt die rum Oder interessiert die sich nicht mehr für mich? Wurzeln Creeper Mit Baumskin Aufgehört mit Gewitter Nee Da ist ein Enderman Uh, so Dem möchte ich nicht begegnen Den Enderman Vielleicht noch ein bisschen zurück Nochmal Dass wir nicht die Spinne auf sich schätzen Aber auch nicht die Zombienauten Oh Ja, die Spinne scheint weg zu sein Die Spinne scheint weg zu sein Sonst trinkt hier ein bisschen Schafe So Wissen was essen Wissen was essen Oh, hier sind ja überall Monstern Das gibt es so nicht Autsch Der ist eine Sußwasserquelle Oh, Külver Nein Nein Das kommt die in Schoch, doch, die kommt trotzdem noch Verbieseldeutsch Autsch 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 Mal kurz hier ein paar Blöcke in den Erden, bitte Erden, danke So Das könnte ich mir in Ruhe Na, einmal kraften Das geht jetzt, gib mir so ein bisschen auf den Sack Bäm Bäm Plansch, Plansch Danke für das Wasser Wie viele Pfeile hier sind Bin gespannt was passiert Wenn ich Mach jetzt mal ein Experiment Lustig Weil Pass auf, wenn ich mich jetzt hier Darunter stelle Die ganzen Pfeile hier Finde ich eine lustige Animation So, wir haben jetzt einen Wassereimer Dadada Oh Und Wir laufen die Richtung Da ist nach Hause Wir haben ja Facing immer noch nach Westen Ne, South Da ist West Oh, guten Tag Wir töten alles, was uns in die Quere kommt Der Besten Alles, was in die Quere kommt Außer die hier Die lassen wir mal links liegen Ähm Bisschen Spinnseide Ja Boah Hier unten sind auch noch ein Parkür Boah Hier unten sind auch noch ein Parkür Boah Wir brauchen dringend das Later Uh Creeper Da drüben sind Pferde Oder sind Pferdeküer Oh, da sind Pferdeküer Oh, da sind Pferdeküer Oh, da sind Pferdeküer Oh, da sind Pferdeküer Das sind Pferdeküer Das sind Esel und Kühe Ich nehme auch nur die Kühe Danke So Okay, Tätens verboten Hier ist eine große Ebene Guck mal hier ist ein Kürbis Cool Ganz viele Kürbisse Ganz viele Kürbisse Ah Setzen mich auf Reisen Mal wieder Der Mond geht gleich unter Und da Ähm Aber auch ein wunderschöner Sonnenaufgang Den wir dann in der nächsten Folge bestaun Diesen Sinne Witte ich euch einen wunderschönen Tag Ciao, ciao